also hier habe ich mein bayern cloud schule drive ordner schon eingehängt da gibt es diese möglichkeit hier unter der seite sich diesen kleinen drunter zu laden und wenn ich das mache sehe ich aber nur die sachen die ich selber erstellt habe und nicht die spaces für die mich kollegen eingeladen haben und das zeige ich wie man sich die holt ich klicke hier auf windows da da windows und erscheint bayern cloud schule drive der der client klickt drauf und kann jetzt hier auf space hinzufügen klicken und als nächstes suche ich mir den aus da wurde ich eingeladen informatik fachschaft und weiter und jetzt synchronisation hinzufügen und da ist er auch schon fängt an zu synchronisieren weg kreuz nicht habe es schon geschafft und jetzt erscheint hier die informatik fachschaft neu und wenn ich draufklick sehe ich auch die ordner und kann meine sachen meine materialien reinladen und die material in der kolleginnen und kollegen sehen und die arbeit wird leichter der austausch funktioniert sehr einfach und das wird macht spaß so so